Herzlich Willkommen an hier Wasch geht Ich höre Steuers und denke gleich auch nicht was auf die Fresse und ich höre ein bisschen Musik hier von Remember My Name von Fort Minor So wie ihr die Gamer macht es jetzt schon wieder rum Ja im Hintergrund, was heißt im Hintergrund? Auf dem Bleachium seht ihr meine Punkte sind Orbi, Escort und Schwarm Klar sehr hoch gegriffen aber ohne hohe Ziele erreicht man auch nix So das mit dem Happy Max und dem Joint das hat nicht so ganz funktioniert Wenn ich ehrlich bin, wenn es jetzt funktioniert schreie ich Aber ich werde irgendwann wieder im normalen Menü landen Genau Perfekt Deswegen spielen wir einfach weiter Hardcore Team Dolph Match Oh nein warte ich habe eine bessere Idee wie ich spiele mal Habe ich lange nicht mehr gemacht Hardcore Herrschaft Aufkauf Hm 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 Da kann ich jetzt irgendwie gar nix zu sagen Kauf Map Auf einer verlassenen Insel in der Mitte des Indischen Ozeans Hm Hm Schauen wir mal was da so geht Hardcore Herrschaft So Tipp Tipp von mir Ja das wird so eine Tipps und Tricks Folge heute Habe ich schon im Rhin Ähm Ja Tipps und Tricks Folge im Rhin erstmal hier zu C Das ist okay Die schießen wir rum wie die Idioten Das ist mir egal Mit Hechtsprung hier rein So der hat mich jetzt gesehen Der denkt der ist jetzt den ganzen harter aber Verdammt Ja normal läuft es besser Wir verlieren diesen Kamm Ah ja okay Normal läuft es sehr viel besser Normal läuft es komplett anders Aber naja Werden wir sehen Jetzt nehme ich erstmal A ein Und hoffen das mit keiner sieht Feindliche Vorräte unterwegs A wird gesichert Okay sie kommen sie von da Wenn überhaupt Okay 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 Und A wird gesichert Wir verlieren Charlie Wir verlieren Charlie Nein Bravo Wird gesichert Der Feind hat Charlie eingenommen Äh äh B ist abgesichert Hängt der wirklich Feindliche Vorräte unterwegs Ich so Knöp bin Feindliche Hunter Killer Drohne unterwegs So das ist meine Kiste Hellstorm Rakete erwartet Befehle Bam Verrüchtete Hellstorm Rakete unterwegs Ja das war okay Feindliche Drohne nähert sich Es reißen Überschritt Befehl Mentherr Neu Nein Glocke дело Wird macht er hat immer Auch Oh Tut der Todbringer läuft warm das soll feindliche Hunter Killer Drohne unterwegs wir werden beherrscht diese Positionen einnehmen ist das scheiße hier im Gras C gesichert ah naja ich hätte einen Todbringer versichert oder? das ist ja interessant so komm komm ich hab dich doch da gesehen Bravo gesichert ach kacke feindlicher AGR Na klar AGR, was noch? kann da nicht sein nicht das ist meine Position sondern das kann da nicht sein die das ist ein bißchen ausm Ruder A und da hinten ist auch hijacked a wird gesichert So, da. Rechts abgesichert. Hier, und wenn man bei A spawnt, dann... Das ist ein ganz guter... Oh, wir hatten einen Orbi. Stark... Stark in den Orbi gerissen. Schon mal Respekt dafür. So, hier... Außenrum hier. Und mit Rechnen fasst jeder, aber... Wo, Alter? Genau, C. C gehört jetzt mir. Und ich hab den letzten... Orbi! Jawohl! Orbi, 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 Ladeo. Ladeo, ich hab die letzte halbe Minute schon Orbi rausgehauen. Ladeo! Wir verlieren Alpha. Der Feintag Alpha eingenommen. Bravo ist abgesichert. So, die Escort-Drohne haben. Escort-Drohne erwartet werden. Jawohl! Jawohl! Das kannst du doch nicht sein! Nein! Nein! Ich hätte auch verliegen, glauben Sie! Nein! Ich hätte den Schwaben doch locker gerissen. Nein! Ja, falls man hier bei A spawnt, einfach hier hin. Nein! 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 Hä? Das wär gut, also wenn der Escort-Drohne-Regel... Wow! Nein! Der... ...nix mal. Jetzt wird zwar eingezickt, dass wir Gegner haben, aber ich sieh keine. Eine Escort-Drohne um... Das... Oh! Hab geht das eh gesehen! Pfff! Wir verlieren Alpha ein, ein Reiter ausgeschaltet! Genau. Schön weitermachen, Escort-Drohne. Immer weiter! Immer weiter! Genau. Immer weiter! Immer weiter! Wir brauchen einen. Das war meiner. Verbündeter Hunter-Killer-Drohne eingesetzt. Höhöhöhöhöhöhö. Mooooooooooooooop! Manno! Meine. so was bin ich hier drauf kalt nicht ich bin und kündig auf nicht kündig so jetzt unsere ecke krischen Ich muss hier nur wieder Rates abholen, wollte ich, aber wie man ja gesehen hat, hat das weniger gut funktioniert. Funktioniert. Scheiße. Ja, von wo die jetzt kommt, ist ja wohl offensichtlich, ne? Na, ne? Na, na, na. Aber das wird gleich, wie ich das jetzt bleibe aufkauft, das kann ich mal lassen. Alter, ey, das geht ja gar nicht. Ach, du Kacke. Alpha wird gesichert. Alle Flaggen gesichert. Aktuelle Position reisen. Genau, das ist schon mal gut. Wir haben alle Pusys. Ich dachte, die ich wäre schlecht. Wir verlieren Alpha. War sicher. Wir verlieren Alpha. Ach, komm, Alter. Alter, ich hab gar keinen A mehr, hey, das geht. Der Feind hat A. Gar nicht mehr klar. Feindliche Drohne nähert sich. Ja, egal, ich hab Geist. Und du kämpfst bei uns hier in der Ecke, hey, Wahnsinn. Hey, Respekt an dich. Du bist echt ein Pro-Gamer. Das Ziel ist fast erfüllt. Nicht aufgeben. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Hehehe. Mal Headshot mitgegeben. Und rein kassiert. So muss das laufen. Aber zwei und drei. So, ich hab jetzt gehört, ich reiß jetzt noch ein Orbi. Das wird knapp. Ja, jetzt entschlossener. Drohne nähert sich. Was? Der letzte Schuss war ja wieder drauf. Ah, wird gesichert. the last time. Wahnsinn, ey, den hätt ich eigentlich locker machen müssen. in die letzten 3, 2, 1, 2 Wahnsinn, hey Na ja Relativ durchschnittlich Wenn ich sage, ist okay, ist okay Aber zieh da weiter rum Für die Falle Die Blutrustig Joa, ist okay Gut, dann will ich sagen, dann sehen wir uns im nächsten Teil Wenn es wieder heißt Leute töten bei Call of Duty Black Ops 2 Bis dahin, auf Wiedersehen